So, lieber Hubertushof, wir haben eure Nominierung bekommen, den Liter Bacardi, den könnt ihr euch irgendwo hinschieben. Irgendwann wird es regnen, ne? Irgendwann wird es regnen. Wir sind den ganzen Tag hier, sieht doch gut aus, die Wolken ziehen auf. Also, ich denke mal, die Challenge, die werdet ihr verlieren und wir gewinnen, weil wir warten auf jeden Fall auch im Regen. Wir sind schon seit drei, vier Stunden hier. Ja, wir sind drei Stunden, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Und hoffen mal, dass es mal langsam anfängt zu regnen hier. Ich denke mal, so wie da oben die Sonne scheint, wird so schnell auch nichts mehr kommen. Ich glaube nicht, also, sieht nicht falsch aus. Aber es ist falsch, es ist falsch. Anfängt zu regnen. Was meint ihr, meint der Fankrad? Ja, doch, ich schon. Nee, also, weißt du nicht? Nee, nee. Ist doch früh. Ist doch viel, wir haben noch Zeit. Weit, sagt doch mal. Wir haben noch Zeit. Bisschen warten wir noch. Ja, bisschen warten wir noch. Und wenn nicht, dann versuchen wir morgen Radium machen. Ja. Nee, wow, sie geht ja gar nicht um. 48 Stunden haben wir Zeit. Nur 48 Stunden? Ja. Aber da hinten sieht gut aus, hätten sie ein paar Wolken auf. Ja, genau. Wenn die hier sind, würden wir uns noch mal nachvollziehen, dann würden wir uns richtig interessant, oder? Ja. 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 Ja, ich freu mich auch. Ja, ich mich auch, ja. Aber was ist jetzt mit dem kalten Wasser, Leute? Ich fäng das gleich mal an. Ja, nix, 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 nix. Schon ein bisschen mau, ne? Ja, ja. Ich hab gedacht, wir von wegen Korn-Roster-Challenge, kann man was zu lassen. Keine Ahnung. Wie ist das? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall. Wir müssen noch jemanden nominieren, oder? Ja, dann machen wir dann gleich. Wann denn? Ja. Wir warten noch bis der Regen kommt, sonst können wir ja keinen Rennen nominieren. Ja, ja. Ich mein, wir müssen ja schon vorher nominieren, bevor der Regen kommt, oder? Ja, dann würd ich sagen, wir nominieren erst mal Latireim Hackenbräuch. Malteserstift Hackenbräuch. Malteserstift Hackenbräuch. Und hat noch einer eine Idee, wie man noch nominieren könnte? Ich hätte noch eine Idee. Wir haben hier so eine Band in Dormagen, die keiner kennt, die heißen Tide. Die tun wir auch nominieren, damit wir immer ein bisschen bekannter werden. Ja, genau. Und vielleicht haben die ja Glück mit dem Regen. Ja, ja. Rock and roll! Rock and roll! Oh, so gut. Und wenn die das geschafft haben? Und wenn die das geschafft haben sollten, dann musst du halt in Gellhoven auf dem Marktplatz spielen. Der Malteserstift muss uns mindestens 10 Liter Bier spenden und der Tierheim drei Flaschen Wodka. Alles klar, wir warten bis der Weg kommt. Musik It's an easy living Somewhere along, day after day Somewhere along, day after day On that wild little road Wow!